Man muss ihn dann auch noch benutzen, um die scheiß Tempel zu bauen. Ich hab da Stunden dran zugebracht und er ist dann herzig geworden am Ende, aber das ist trotzdem eine Arbeit gewesen. War das eine Pyramide am Ende? Nee, das nicht. Es war immer so ein Kasten, der außenrum mit Wasser versehen war. Oh, Spinne, 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 Spinne. Mini-Zobby, 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 Mini-Zobby. Was ist passiert? Da-da-da-da-da, ich rette dich. Ich muss mir gleich mal ein Steinschwert craften, weil ich hab mir notdürftig eins... Aus Holz gezimmert? Ja, genau. Komm, ich packe hier mal noch was in den Lunter. Ich hab noch ein Leben. Ich ähm... Ich hab noch zwei. Wirst du dich nicht eben zu entscheiden? Ja. Aber ich hab neuer Erfahrung. Ich steck mal eben kurz... Ähm... Ich steck mal in das Haus in Branden. Meine Sachen weg. Ich pflanze hier noch total sexy... Äh, Pfingst... Äh, Pfingst. Sechs Tadas pflanzt hier oben Bäume an. Die, wo ich gerade abbaue. Wo? Ah, da hinten. Hier oben bei mir, wo ich bin. Ja, sehe ich. Der hat hier grad'n Baum gepflanzt, der sagt. Pass mal, schon ist er weg. Hat er hinter hinten bei dir gerade rum. Ja, ich seh' ihn. So. Mit Platz vier Bäume. Und... Tod. Hurra. Ähm... Ich lass' die Betten mal doch unten, weil... Ich denk' mal, wir werden unsere Betten in die erste oder zweite Stockwerk-Fraction einbauen. Ich hab' da'n Baum kaputt gemacht. Hihihihi. So, jetzt hol' ich mir mein Zeug zurück. Und werde mir jetzt erst mal Werkzeug craften, was ein bisschen, ähm, mehr Durchschlagskraft hat. Okay, davon, die ist gleich kaputt. Ich bin ja dafür, dass wir irgendwann mal irgendein absurdes Gebäude bauen, dass wir Pistons vollstopfen und ne Kanone reinbauen. Und dann einfach die anderen wegschließen. Das ist doch angenehm. Yayyyy. Die Pistons hier einfach nur, dass du um die Kanone sucht hast. Na, da fällt jetzt niemand heraus! Hahaha. Niemals! Äh, hab' ich jetzt noch... ... Treppen? Ich hab' noch Treppen. Okay, ich denke mal, hier an der Wand ist eigentlich nur ne Treppe möglich. Deshalb baue ich die auch hier hin. So. Und jetzt geht's wieder ans Bäumefällen. Ich werde aber erst meine Holzaxt verbraten. Oh, Spinne. Ja, ist tagtisch, mir sollte ja eigentlich nichts tun. Trotzdem nervt die mich. Nein, 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 nein. Wir brauchen auf jeden Fall mal Wassereimern bei Klingheit. Ja. Womit wir wieder... Ähm, achso, wir könnten uns vielleicht ein Borgen bei... Ähm... ...der Gruppe, wo Basti-Keks drin ist. Ja, wenn, dann müssen wir uns schon selbst besorgen. Ja. Dann kommt das Feld nämlich näher an unsere Ranzen hier. So, so, so. So, 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 so. Reichspitze haben wir jetzt nicht genug für mein Vorhaben. Ich muss Bergbau betreiben. So, jetzt habe ich genug. So, so, und jetzt kann ich hier weitermachen. Weiß nicht, wir können ja gleich mal einen Abstecher machen. Wir müssen unbedingt... Wir haben hier ein Weed, ne? Das heißt, theoretisch müssten wir mit... Ah, okay. Theoretisch müssten wir erstmal ein Gehege bauen. Also vorbereiten. Ja. Und dann müssten wir Schweine oder Kühe einfangen. Ich bin aber mehr für Schweine, weil ich glaube, momentan ist es noch nicht so wichtig, Leder zu haben. Beides ist praktisch. Beides ist praktisch. So. Oh. Hier komme ich nicht mehr hoch. Hast du hier den Weg versperrt? Ich habe da eher da hingeknibbelt, ja. Lalalala, lalalala, lalalala. So. Wieder in unserem wunderbaren, wirtschaftlich erfolgreichen Nachforstprojekt was einbringen. Und... Aber komisch, ne? Wir sind jetzt bestimmt dreimal schneller gewesen, als wir in der ersten Folge waren. Da oben ist Sarah. Fällt die ein Baum oder pflanzt sie nach? Okay, die fällt ein Baum. Die hat zumindest eine Axt in der Hand. Oder sie wird eine Schäle mit einer Axt spalten. Ja gut, das ist eine Frau, das kann sein. Das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Nee, 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 nee. Und gleich, ähm... Das wäre auch ein guter Inhalt für eine Folge, auf der Suche nach Nahrung oder nach zu domestizierenden Tieren. Ja, die werden wir uns definitiv noch zulegen müssen. Und hoffen, dass dann nicht die anderen unsere Gehege einbräckten. Apfel. Aber ich finde es richtig geil, dass die Eichen Äpfel fallen lassen. Obwohl es natürlich unlogisch ist. Und das war die Holzaxt. Krass, Frank, das war das gerade nicht mein Werkzeug. Die Erde, hier muss man weg, damit wir weiter zum Feld drüber beinahmen können. Ja. Bin mir noch nicht sicher, wozu man die Birken oder das Birkenholz direkt bei uns verbauen kann. Ähm... Müssen wir mal schauen. Vielleicht werden wir da den Flur oder beziehungsweise die Decke des ersten Stocks ausfüllen. Okay, Sarah, was ist die ganzen Bäume ab, die wir hier haben? Ey, oder ich baue hier nochmal den Boden raus und mache anstattdessen Birkenboden. Dann haben wir gleichzeitig noch mehr Holz für, ähm, für die Wände. Mhm. Aber soll es eigentlich eine Minenwelt dann geben noch, oder? Ähm, nee. Ähm, haben wir nicht mehr vor, weil wir ja jetzt sowieso in der aktuellen Welt sind. Es war ja anfangs geplant, das müssen wir ja mal für die Zuschauer erklären, dass wir eine speziell extra, äh, Map fürs Bauen genommen hätten, die auch eine, äh, die Form des GameStar-Logos hätte, also quasi ein Inselring mit einem sternförmigen großen Fleck in der Mitte. Und, ähm, da es aber so wahnsinnig kompliziert vorzubereiten war und, äh, es noch bestimmt einige Monate gedauert hätte, bis wir dann das Projekt wirklich starten hätten können, haben wir uns dagegen entschieden. Und dafür hätte man dann eine Minenwelt gebraucht, weil wir ja nicht, ähm, in neue Gebiete vordringen könnten, falls es mal in zukünftigen Versionen eine neue, äh, Ressource gibt. Die Romme. Genau. Oder neue Ressourcen. Also ich baue hier noch mal eben den Böden auf. Also ich baue hier noch mal eben den Böden auf. So, 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 zack, zack, zack. Massen-Terraforming. Star-Match hätte ich jetzt einfach mal einen Abbauschiff genommen und hier den Scheiß weggebrezelt, aber hier geht das leider nicht. Äh, Star-Star-Match ist das Weltraum-Gedöns, ne? Ja, genau, das ist halt quasi Minecraft im Weltraum. Du kannst halt auf Planeten gesiedeln und so ein Kram, die alle ihre eigene Biome haben. Nun kann er in der Lebensform geben. Das gibt zwar Piraten und eine Handelsgilde und wenn man beiden ans Bein pisst, beziehungsweise Piraten generell, greifen einen dann auch mal an. Ich schaue noch mal eben kurz, ob meine Aufnahme läuft, also mein, mein Audit City. Audit City. Und, ja, es tut's. Ganz schön umständlich, was man mit Audit City noch nehmen will, was für ein Aufnahmeprogramm benutzt du? Also ich benutze Fraps, aber das Problem ist, ähm, das wird auch klappen, etc., aber mein Lüfter ist sehr laut. Und bei Audit City kann man direkt eine Rausch in Entfernung nachher drüber laufen lassen. Ah. Und dann ist das weg. Das... Also hast du im Ventilator neben deinem Rechner stehen. Ja, also ich hab meinen Rechner, ähm, also du weißt das ja jetzt, Flo, mein Rechner ist schon seit 2008, das haben wir ja alles schon vor der Aufnahme alles gesagt, aber jetzt für die Zuschauer. Ich hab einen sehr alten Rechner, und, ähm, mit einigen Mucken schon, die er da hat. Wenn du mal eben aus der Aufnahme verschwindest, bist du ja auch brandest. Genau, es kann sein, dass ich mal für 20 Minuten weg bin, weil mein Rechner stehen bleibt und der 20 Minuten beim Hochfahren braucht man. Das wäre ja nicht wunderbar, wenn irgendwas in den Folgen unterschiedlich ist bei uns. Ja. Der Basti Keks ist zu besuchen gekommen. Der Basti Keks. Oh, er hat einen Kuhfeld. Ich hab bei meinem Textrappett, ähm, hab ich eine coole, ähm, Ledermütze. Da hab ich einfach einen Kopf von einer Kuh genommen und den Mund ausgeschnitten. Das sieht dann aus, als hätte man so eine, so eine Kuh auf dem Kopf. Oh, und der Harpe ist da. Der Crabzone. Hoi. Hoi, 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 hoi. So. Dann sieht der Boden auch gleich ein bisschen freundlicher aus, wenn das so ein helles, wunderschönes Farbtönchen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Default aussieht. Du hast Default drin, ne? Ja. Du kannst ja gleich mal eine, äh, sagen, wie du es findest. Sehr angenehm fürs Auge, mein Herr. Ja. Wohlan denn. Hoch. Und da rennen sie wieder zu ihrem Dumizid zurück? Ja. Ja? Verfolgt sie irgendwas? Da, da haben sie unser Haus gesehen. Du hast mich gefreut, wenn man so ein paar Creeper hätte, die da jetzt hinterher rennen. Sag, Creeper Fass. Alter, was bauen die da hinten schon wieder in ihrem Haus an? Mit Weed. Irgendwo unter uns war auch noch ein Schar, aber ich kann sagen, dass es auch mittlerweile umgehackt worden ist. Ja. Die Leute sind hier wie die, äh, wenn jemand die Kritter-Zwürme kennt, wie die Kritter sind die, äh, die gehen hier wie so ein Rasenmäher drinnen und dann machen und alles weg. Okay. Ich bin so faul, um mich auf ihre Landwirtschaft zu beantworten, die Leute. So, hier mach ich jetzt. Hochweiger. Aber es wär nicht schlecht, schon mal, ähm, um, ups, ein Gehege zu haben. Hier. Oh, verdammt, wie macht man nochmal, ähm, da war das mit Sticks? Wie macht man nochmal einen Zaun? Ähm, mit Sticks. Alles klar, hab ich. Mit Sticks. Und die Türmasse mit zwei normalen, äh, Holzlatten zwischen Sticks. Okay. Das reicht nicht, was ich hab. Dann muss ich noch mehr Sticks machen. Wir haben noch einen Haufen Sticks eigentlich. Okay, hab ich jetzt... Dann wurden schon alle verbastelt. Ähm, aber was heißt verbastelt, ne? Ähm, ich hatte noch eine ganze Menge Holz im Inventar. So. Hier. Oh, um einen Zaun. Passt es nicht. Mehr soll ne bauen. Wir haben noch Holz hier. Ich folge jetzt ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wunderbärlich. Das passt ja. So. Ähm, jetzt ist wieder Nacht. Oh, ich ärgere mich gerade über das Schwein, ey. Wir müssen mal gleich auch mal nachgucken, was die anderen so alles Schickes bauen. Aber ich würde vorher gerne mal Magen füllen. Creeper, Vorsicht. Drei, zwei, eins. Pew, pew, pew. Ja, diese von brauchen wir noch mehr. Yeah. So. Ich hab ne, ne Burner-Idee. Und zwar, ähm, wenn du mal nach draußen auf den Balkon kommst. Wir können eben gegen rausleuchten und müssen Erde wegbuddeln. Äh. Fischkopf plädiert für supermännliche, was auch immer. Meine Leute werden langsam verrückt. Aha. Interesting. Und zwar. Was ist mit dem Balkon? Ich hab grad, äh, okay. Äh, und zwar hier könnten wir mal so Stützen hochlassen und das Gebäude quasi im ersten Stock. Auf die Stützenbassel, ne? Auf die Stützenbassel. So, sag mal. Ja, ja. Ich stelle. Denn, ich denke nicht, dass wir jeder von uns mit nem 3x3 Zimmer zufrieden ist. Oder? Nö. Nö. So, 2020. Das ist wohl wahr. Wir könnten auch nachher mal, was heißt nachher, ich weiß nicht, ob wir in dieser Aufnahme-Session dann, äh, denken werden noch. Aber irgendwann müssten wir dann mal mit dem Gravel, den du geformt hast. Unter den Einsatz deines Lebens. Ähm, Wege baut. Oh, die da hinten. Äh, das ist das Haus von Basti Kix hier hinten. Und, das sieht schon richtig Hammer aus. Das war hin auf dem, am Wasser? Ähm, nein, das, wenn man bei unserem Balkon ausguckt, das was Licht ist. Hier hinten sind auch noch drei am Gange bei uns. Oh, hier ist ein Baum gewachsen. Au. Stadas, Felldingens und irgendwie Glückwelle oder was ist das? Die haggern da irgendwas rum. Die bauen, die fressen hier, die baunen gegen dich, die Leute. Okay, die kann ich jetzt abbauen hier. Meine patentierte Dirt-Treppe. Habe ich noch? Au, ich habe einen Apfel eingesammelt. Uh, am, 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 am. Dalluk hat es gestorben, glaube ich. War das hier hinten? Klang so. Oh, da hinten. Oh, da unten ist noch was explodiert. Die Leute sind auf Kryperjagd. Äh, das sieht aus wie Basti Kix, yo. Ja, ja, das ist Basti Kix. Ich weiß nicht, ähm, Moment, ich habe doch hier in unserer Truhe Leder. Und sie werden von irgendwas angegriffen. Ich habe schon vier Leder, da kann einer von uns die Schuhe rausbasteln. Äh, Moment. Wo war das Ding jetzt? Hä, Moment. 25? 25? 25? Davon 37? Oh, ha, 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 ha.